Und dann geht es also los. Testspiel. Und vor allem natürlich im Rahmen eines solchen Testspiels. Aber letztlich bleibt er am polnischen Nationalspieler dann doch hängen. Und Gumbula. Das ist Nemanja Matic, Mann mit der 21 bei der Roma. Neuzugang von Manchester United. Im Amt erst seit dem 11. Februar ab 2022. Noch keine größeren Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Sunderland mit dem Vorstoß von Guc über die rechte Seite. Das ist nochmal der Blick auf Nemanja Matic. 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 Etwas mehr als 12 Spielminuten. Damit auch die erste Eckstoßmöglichkeit. Für Sunderland. Matic. Klärt. Ein guter Test für beide Teams. Am heutigen zum Trainingslager. Heute gleich Test Nummer 1. und im Trainingslager hier in Portugal mit der weitere Test an in den nächsten Tagen. Erste Spielhälfte ihrem Ende entgegen. Guc. Ja, fast. Und das natürlich ganz hübsch gemacht von Carlos Perez mit der Hacke. Nimmt einen ersten Wechsel vor. Hier nochmal der Beleg des Roma Wechsels. Calafiori. So, jetzt ist dann Pause hier im Estadio Municipal de Albufera in Portugal an der Algarve 0 zu 0. Aplausos. 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 Toll,cynische Enymert Tribunal aa Alberlieền von Kultur. Aplausos. Ch 然後.